Man sagte mir, ich fände Sie hier. Ich wollte Sie sprechen. Bezüglich des Plans, dass wir uns einschiffen. Oh. Wir können es nicht tun. Verstehe. Ich hatte es zwar zugesagt, als Sie mich angerufen haben, doch das war unbedacht von mir. Ein Wechsel auf dem Thron zu diesem Zeitpunkt wäre für das ganze Empire eine Belastung. Und Lilibet ist ja, August 18, ein sehr starkes Mädchen, doch noch viel zu jung. Das heißt, nein, ich kann nicht gehen. Und ich muss Ihnen nicht sagen, was es für die Sache der Alliierten bedeuten würde, falls Sie durch eine Bombe zu Schaden kommen sollten.